siehst du das ist noch gar nicht drin so jetzt ist er drin was so muss das weißt du ich schraub das jetzt noch nicht ganz fest weil erstmal muss der klemmring da richtig sitzen er muss natürlich wird dann ja da rein gedrückt und dadurch verklemmt sich das so gewinde hat er gefasst ich mache ihn jetzt aber noch nicht ganz fest weil um die röhren reinzuschieben kann das sein dass man das kupferrohr in dem sammler ein tick so drehen muss dass die röhren gerade reingehen wenn du jetzt beide miteinander verschraubt und der eine ist gerade und der andere muss ein bisschen gedreht werden dann drehst du ja bei dann hast du schon ein paar anderen knack logisch sind die kaputt